Nach den Herren und den Damen kommen wir nun zur Parlaufkonkurrenz. Und im Kurzprogramm sehen wir zunächst diese beiden, Xenia Stolbova und Fedor Klimov, das russische Paar. Zweitplatzierten bei den Olympischen Spielen überhaupt dieser zweite Platz. Der hat sie in den vergangenen beiden Saisons verfolgt. In der Saison 13, 14 drei zweite Plätze, ein zweiter, auch bei den Europameisterschaften im vergangenen Winter. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Because you're mine. Because you're mine. Because you're mine. Klasse Kostüm, auch ihr Kleid. Und sie wurden mit hohen Noten belohnt für diese Leistung, für diese Darbietung. Und hier sehen wir jetzt gleich nochmal den Fehler. Schauen Sie hin beim Auslauf. Sie war eigentlich schon sicher gestanden, aber hat es feiner nicht sauber nach hinten ziehen können und überdreht leicht. Es hat wenig Abzüge dafür bekommen. Gegeben, besser gesagt. Und sie bekamen für ihren Auftritt im Kurzprogramm 74,84 Punkte. Xenia Stolper war und Fedor Klimov. Das war schon mal eine sehr gute Ausgangssituation.